Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Vermittlungen in Nahost, was heute in Doha verhandelt wird. In Doha, der Hauptstadt Katars, finden derzeit intensive Gespräche zwischen verschiedenen Akteuren des Nahen Ostens statt. Diese Verhandlungen sind Teil eines umfassenden diplomatischen Prozesses, der darauf abzielt, die Spannungen in der Region zu entschärfen und Wege zur dauerhaften Stabilität zu finden. Die Gespräche sind von äußerster Wichtigkeit, da eine Vielzahl von Konflikten, von den Auseinandersetzungen in Syrien bis hin zu den Spannungen zwischen Israel und Palästina, die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens prägen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen Vertreter von mehreren Ländern, darunter Katar, Saudi-Arabien, Ägypten sowie Vertreter von palästinensischen und israelischen Seiten. Die katarische Regierung, die als neutraler Vermittler auftritt, hat in der Vergangenheit bereits Erfolge bei der Beilegung zahlreicher Konflikte erzielt. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautet, wird angestrebt, ein gemeinsames Verständnis zu fördern, um einen Weg zu einem friedlichen Dialog zu finden. Ein wichtiger Aspekt der aktuellen Gespräche ist die humanitäre Lage im Gazastreifen. Die Einschätzungen zeigen, dass sich die Situation dort dramatisch verschlechtert hat. Hunger und Armut sind weit verbreitet und viele Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ein hochrangiger Vertreter äußerte, dass die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen dringender denn je notwendig ist und es seien konkrete Schritte zur Verbesserung der Bedingungen erforderlich. Des Weiteren wird auch die Frage des israelisch-palästinensischen Konflikts angesprochen. Experten berichten, dass beide Seiten, obwohl sie unterschiedliche Ansichten vertreten, bereit sind, Kompromisse zu diskutieren. Ein Analyst betonte, dass es darauf ankomme, echte Garantien für die Sicherheit beider Parteien zu erarbeiten, um eine Eskalation der Gewalt zu verhindern und den Grundstein für zukünftige Verhandlungen zu legen. Die Gespräche in Doha könnten auch Einfluss auf die breitere regionale Sicherheit haben. Beobachter wiesen darauf hin, dass Länder wie der Iran und die Türkei ein großes Interesse an der Entwicklung der Verhandlungen haben. Eine Lösung im Nahen Osten könnte die Konflikte zwischen diesen Ländern und ihren Nachbarn beruhigen, was wiederum zu einer stabileren Situation in der Region beitragen würde. Ein hochrangiger Diplomat berichtete, dass eine Einigung innerhalb der Gespräche auch die Möglichkeit eröffnen könnte, andere zwischenstaatliche Konflikte anzugehen, die die Zusammenarbeit in der Region behindern. Allerdings äußern einige Kritiker Skepsis gegenüber den Verhandlungen. Sie warnen davor, dass auch in der Vergangenheit Gespräche ohne greifbare Ergebnisse geführt wurden und dass der politische Wille der Beteiligten entscheidend sein wird. Ein politischer Analyst verwies auf die Gefahr, dass diese Gespräche lediglich als diplomatische Farce wahrgenommen werden könnten, wenn sie nicht in konkreten Ergebnissen münden. Die heutigen Verhandlungen in Doha sind ein bedeutender Schritt in der komplexen politischen Landschaft des Nahen Ostens. Alle Augen sind auf die Ratsuchenden gerichtet, während sie versuchen, einen Weg zu finden, der sowohl humanitäre als auch politische Belange adressiert. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Gespräche zu einem Durchbruch führen oder ob die Herausforderungen, die vor ihnen liegen, weiterhin bewältigt werden müssen. Autor Anita Farke, Donnerstag, 15. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.